Du hast sicher schon sehr häufig vom Begriff Flipzone gehört und ich will dir heute in diesem Video zeigen, was ist eigentlich eine Flipzone und wie verwendest du die für dein Trading. Wie immer an der Stelle der kurze Risikohinweis, alles was ich dir in dem Video erzähle ist meine persönliche Meinung und kann natürlich vollständig falsch sein. Du bist selbst verantwortlich für das, was du an der Börse tust und damit let's go. Fangen wir doch mal mit der generellen Frage an, was ist eine Flipzone? Flipzone gibt es unzählige verschiedene Typen, ich möchte dir hier nur das generelle Vorgehen vorstellen, dann kannst du selbst Flipzone suchen und ich werde dir natürlich auch erzählen, wie ich Flipzones verwende und du das eben auch für dein Trading nutzen kannst. Generell ist eine Flipzone also eine Zone, die die Richtung des Marktes wechselt. Das impliziert der Name natürlich irgendwo, denn Flip heißt ja so viel wie umdrehen, wir drehen also die Richtung des Marktes um. Wie genau läuft sowas ab? Im Prinzip so wie auf dieser Zeichnung hier dargestellt. Wir haben aktuell einen Markt, der sich in einem Aufwärtstrend befindet und hier an einem Support oder eben einer Demandzone weiteren Halt findet, weiter nach oben läuft und dann irgendwann zurück in diesen Demand oder diese Unterstützung kommt. Jetzt geht man natürlich davon aus, dass eine Unterstützung oder ein Demand eben dafür sorgt, dass wir danach höhere Kurse erreichen. Es soll den Markt ja stabilisieren. Wir sehen dementsprechend auch hier eine Reaktion. Diese Demandzone reicht allerdings nicht mehr, um ein neues Hoch zu erreichen, denn wir werden von einer Supplyzone oder einem Widerstand hier oben im Gegenteil wieder weggeschleudert und diese Zone hier ist sogar so stark, dass wir anschließend durch den Demand durchbrechen oder diese Unterstützung, je nachdem was du verwendest. Das bedeutet damit also quasi, dass die Zone hier oben stärker war als die hier unten und damit die generelle Richtung des Marktes sogar komplett wechseln konnte. Wir haben also immer die Kombination aus Reaktion auf der einen Zone, Reaktion auf der anderen Zone, die neue Zone überwiegt und wirft den Markt in die komplett andere Richtung. Deshalb sprechen wir hier von einem Flip. Wir flippen von Bullish auf Bearish, brechen anschließend diese Zone und dann sieht man sehr häufig, dass der Markt nochmal zurück zur Ursprungszone läuft und wir hier das Ganze für unser Trading nutzen können. Und deshalb sind solche Flipzonen wirklich, wirklich spannend und interessant für dein Trading. Und ich will dir das Ganze natürlich auch in der Praxis zeigen, deswegen schauen wir uns jetzt noch ein Beispiel an und dafür scrollen wir einfach ein Stück nach unten. Hier siehst du das Ganze quasi am lebenden Objekt. Was haben wir hier gesehen? Hier haben wir genau den umgekehrten Fall. Wir haben hier eine starke Supplyzone, die hat den Markt wegbewegt. Der Markt läuft irgendwann wieder auf diese Zone zu, zeigt hier eine Reaktion, die reicht allerdings nicht. Der Markt geht hier, auch wenn es knapp ist, mit einem kleinen Docht über diese Zone, kommt zurück, stabilisiert sich und pusht weiter. Damit haben wir im Endeffekt ein ähnliches Szenario. Wir sind quasi in der Vergangenheit in diese Zone reingelaufen, haben hier stark reagiert, dann so ein Zwischengebilde gebildet, sind wieder an diese Zone herangelaufen, haben eine kleine Reaktion gesehen, die nicht gereicht hat. Wir sind durchgebrochen, kommen zurück an die Zone, die diesen Durchbruch verursacht hat und können hier nach oben weiter. Das Ganze ist natürlich eigentlich genau dasselbe, nur eben im echten Markt und damit nicht immer ganz so leicht zu sehen. Aber wir sehen im Endeffekt, es ist genau dasselbe Zusammenspiel von Supplyzone, Demandzone. Eine Zone überwiegt, bricht die eine, der Markt kommt zurück und wir können das nutzen, um wieder in den Markt einzusteigen. Das Short-Szenario natürlich ähnlich. Wir sehen es hier. Der Markt findet aus dieser Zone die Kraft, um ein neues Hoch zu forcieren, kommt zurück. Wir erwarten hier die Trendfortsetzung. Der Markt schafft es aber nicht, formt hier damit ein neues bearishes Bild, bricht sogar diese gesamte Demandzone. Und damit haben wir die Aussage, dass diese Supplyzone stärker ist als die Demandzone. Der Markt kommt zurück, bleibt in dieser Supplyzone und macht ein neues Tief. Das Ganze, was hier so groß aussieht, lässt sich dann natürlich verfeinern auf kleinere Bereiche. Hier sehen wir beispielsweise, diese Demandzone war verantwortlich für die Reaktion und Supply-technisch könnten wir das Ganze natürlich ebenfalls machen und haben dann hier so zwei kleine Zonen, die im Endeffekt genau das abbilden, was wir hier schon gezeichnet hatten. Ist quasi exakt dasselbe Bild, nur eben in echten Charts. Jetzt stellst du dir die Frage, okay, schön und gut, aber wie nutze ich das jetzt für mein Trading? Im Prinzip ganz, ganz simpel. Du solltest einfach nur feststellen, wenn so eine Demandzone gebrochen wird, kann das, was verantwortlich war für den Bruch, eben erneut angetestet werden. Und du siehst hier in dem Fall ist es tatsächlich ja dieser gesamte Bereich, denn wir haben von hier bis in dieses Tief eine Reaktion gesehen. Und dann suchst du dir das eben anhand eines passenden Levels. Und ich empfehle dir dafür, Liquidität im Hinterkopf zu behalten. Das heißt, du suchst dir einen markanten Punkt, den wir vielleicht sweepen könnten und das kannst du für dich für Einstiege nutzen. Damit wärst du beispielsweise zum Zeitpunkt dieses Bruches hier in der Lage zu sagen, okay, wenn der Markt zurück in diese Zone kommt, dann kann ich das vielleicht für einen Einstieg nutzen. Und genau das machst du. Du wartest, bis der Markt zurückkommt, hast dir deinen Alarm hier hingelegt und kannst diese Zone wunderbar für einen weiteren Short-Fortsetzung-Trade nutzen. Warum funktioniert das Ganze so gut? Ganz einfach, du hast quasi direkt gesehen, dass diese Zone stärker ist als diese Zone und damit wird es wahrscheinlicher, dass wir den Trend eben weiter fortsetzen und dein erster Anlaufpunkt wäre dann direkt diese Flipzone. Und genau so kannst du Flipzones für dein Trading benutzen. Wenn du generell noch Probleme mit Supply und Demand hast, sieh dir am besten als nächstes dieses Video an und ansonsten, wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen und natürlich auch über dein Abo. Ansonsten wie immer stabile Trades, pass auf dich auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.